So, wir machen gleich mehr da. Letzt, also jetzt, zuvor haben wir in den Bergen rumgewühlt. Was ist Luft? Ja. Ja, Tee, Kuss. Fingersbergers. Was? Es existiert nicht nur, sondern sie weiß auch, wo es ist. Ich hoffe, dass ihr als Mitglied der Gilde das Richtige tun und verstanden? Ignoriert ihre Bitte. Geht an den Ort, den sie beschrieben hat. Solltet ihr suchen gehen, hoffe ich doch... Oh, toll. Seit Traven zum Erzmagier ernannt wurde, ist es bei der Magiergelde nicht mehr wie früh. Strukturierter? Ja, wir haben ja keine Disziplin hier. Schmarotzer. Das heißt, wir müssen den ganzen Kack jetzt doch suchen. Klar, klar, jetzt wird's angezeigt. Was soll das denn? Ich fühl mich jetzt echt erfahr... Er ist erfahrscht. Guten Tag. Hier, Rainer, irgendwie irgendwo in den Bergen. Geht zu diesem Spass da hinten. Ja, genau da. Geil. Geil. Echt. Hallo. WTF. WTF, Mann. Was bist du denn? Ich bin Rena Brujan. Ja, das ist schon ziemlich... Außergewöhnlich. Sehr seltsam. Ja, die haben da irgendwas bei der Geburt getrennt. Genau, das sind die Jamaanenbrüder. Die haben einen ganz lustigen Quest für uns. Ich finde den nicht witzig. Den können. Ich glaube, den werde ich auch zwischendrin mal kurz in Angriff nehmen. Oh, Schützenneuling. Ausdauer verliert bei... Beim Schießen und so und Zeugs und... Bla. Gleich noch ankündigen möchte ich das zum Schiffering 1 noch. Da der gute alte Solstyler ja... Rappenkurier... Ähm... Dementia gemacht hat, also... Dementia... Weg. Werd ich Mania machen, damit ihr beides seht. Einfach nur zum Zeigen. Da es für mich sowieso blind ist, macht das hier überhaupt keinen Unterschied. Woa... Also, wir müssen jetzt... Falsche Richtung, ich Idiot. Wir müssen... Irgendwo da hoch. Ich muss... Ich denke gerade nach. Ich meine... Ich denke nach. Verdammt, wie oft kommt das schon vor? Ich meine, ich könnte jetzt sagen... Hey, Leute, ich schneide mal schnell und wir spar euch den Weg, aber... Näh. Zwischendrin könnte immer was passieren. Ich könnte irgendeinem Banditen begegnen. Keine Ahnung. Es ist ein Oblig und alles möglich. Das finde ich gerade so toll in dem Spiel. Das ist, wenn du zu irgendwelchen Orten gehst und die zu erkunden, kann zwischendrin immer irgendwas passieren. Du kannst sogar Quests bekommen. Manchmal rennt mir einfach wildfremde Leute auf dich zu... Ey, du, muss man das machen und dann das und... Voll cool, Mann. Alles klar? Alles klar? Mach ich. Klar? Die sind auch so dicke. Und eine Termine. Cool. Habe ich die echt entdeckt? Das wollte ich jetzt fast reinlaufen, aber... Nö. Ich denke, wir lassen mal. Wenn wir jetzt Eharraner helfen würden, würde sie das Buch lesen. Wir müssten, glaube ich, 24 Stunden warten oder so. und dann würde sie uns wieder zurückschicken, dann müssten wir auf dieses hässliche auf so einen hässlichen Altar einen Blitzzauber casten und dann würden wir einen relativ mächtigen Blitzzauber kriegen, der zufälligerweise Finger eines Berges heißt Sein Wolf ist rastig aus Ah, eine Ratte, das sieht man doch gern Du bist tot, Mann Immer dem Pfeil folgen, immer dem Pfeil folgen immer dem Pfeil folgen Ich will jetzt fast was ankündigen, aber nö So bin ich jetzt einfach viel zu faul Viel zu Who is there? Du Kurzer Stopp Sollte, ich musste gerade mit in diesem A-Pischen-Kampf schneiden, weil meine Mutter gekommen ist Nach Hause Beim Sitz Yes! Ich habe die Kratzer und Schnitt wo unten, die einen langen Übungsstopp mit allen möglichen Klingen davon getragen haben War nicht umso, sondern sei noch Geselle und gar mit Hieb und Stich war auf einem heftigen Servetsangriff Habt ihr nun die Chance den Gegner zu entwaffen, haltet die Angriffstaste gedrückt Während ihr euch nach links oder rechts bewegt um Blablabla Zack Das ist ja noch nicht Damit können wir jetzt einen Gegner ummachen, das ist ja nicht cool So Wir laufen jetzt erst mal weiter in diesem Wolken-Krab-Wolken-Hüben-Teil Ich kann mir sogar fast vorstellen, dass es irgendwie Erleiden oder Erhelfenruhen ist Also wahr ... weil ich glaube kaum, dass da irgendwer, dass da irgendwie die Traven da irgendwie hochklettert, das Buch da macht. Und schon 2000 Jahre davor dieser Mythos entsteht, das ist jetzt so glitzelig ein bisschen unwahrscheinlich. Aber nur so ganz klar, das ist ein bisschen klar. Normaler Himmel. Oh mein Gott, es wird Abend. Ja, es wird Abend. Nachtgott. Oh Gott, seht ihr das, Leute? Ein Blüventore, wie lustig. Gleich mal hin. Ich will es nur wenigstens auf der Karte haben, dass ich mich hinreißen kann. Ja, jetzt finden wir Blüventore überall auf der ganzen Weltkarte verteilt. Ich habe... privater Spielstand habe ich 7 gesehen und ich glaube... Oh Gott. Nicht gut. Nicht gut. Drei Scams wären dann doch ein bisschen zu heftig. Ohne sein, dass Scams. Ich bin nicht beeinträchtigt, dass Scams. Wo ist der Rest vom Schützenfest? Da. Schwerestens Fettigkeit hat sich verbessert. Oh, ich glaube, das werden langsam echt zu viele. Ja. Oh Gott. Nein, da kann ich nicht. Ich habe jetzt einfach so mal ein Schrott. Heil Mann. Heil dich. Yah. Ach. Wo? Oh. Warum mal episch? Warum ist noch eine Ruine? Die schauen wir uns auch gleich an. Wie, wenn da jetzt irgendwie Skelette rumstehen? Und dann kriege ich aber einen Anfall hier. Da, das ist doch mal ein schöner Abend, Himmel. Ist das irgendeine eingestürzte Festung? Da steht schon mal fest. Wie heißt die nun? Oh, look an. Dann will ich jetzt noch nicht den Kunden irgendwann, weil ich irgendwann... Also ich werde auf jeden Fall irgendwann eine Zeit machen, wo ich... nur irgendwie... Western Royals. Hm, ist interessant dann. Wo ich nur irgendwie Zweig erkunde und... so ein Schmal. Aber... Bis dahin machen wir erstmal was. Ich glaube, das wird irgendwann dann sein, wenn mir die Quests ausgehen. Ja, das ist... Es ist wirklich möglich, in Obliv, wenn das irgendwann die Quests ausgehen. Kaum zu glauben, oder? Ich habe es auch nicht glauben können, aber es kann wirklich passieren. Jetzt muss ich wieder runter. Hm... Fast ein Ding der Unmöglichkeit. Nein. Nein. Was bist du denn? Boah, tollen Beschwörer. Was war das denn? Pst. Gewand des Magiers. Oh. Was ist bei der Steigerung? Geil. Was ist bei der Steigerung? Wieso kann der da hochlaufen? Wie logisch. Ich habe es bald geschafft. Aber bitte bald haben wir den Finger des... Ja, klar. Warum kannst du nicht höher? Man, du bist so nutzlos. Das ist ernsthaft. Dummes Gern. Mann. Ich will doch nur noch mal hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube da hinten. Ich glaube hier. Gleich können wir wieder weiter hoch. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon. Komm schon. Yes. So, jetzt geht's wieder bergauf. Ob die Doge. Ich glaube, da oben kann ich schon sehen. Oh, ich rieche schon diesen... Das Empfehlungsschreiben, das wir dafür bekommen. Ficken? Schau mal. Wie nutzlos ist der? Wie nutzlos bin ich eigentlich? Bitte nicht antworten. Den Wald so. Genau. Machen wir mal einen Zorn mitten im Nichts. Ah, jetzt gibt es einen Weg. Jetzt haben wir es ja schon fast. Da oben ist es. Da müsste Finger des Berges sein. So, danke. Man kann sogar beide Sachen haben. Man muss jetzt dann noch ihm folgen. Schauen, wo er es versteckt. Die Tekos gleich. Aber, ja. Ja, das ist schon. Ich weiß, was schon mehr es hat. Ab 12. Ich wieder opthone und wiederhole. Ab 12. Ich habe das Buch mit dem Titel Finger des Berges gefunden. Ich muss entweder Erana in der Tabianne-Kreuzschule, den Koroll oder Tekos von der Magagiele bringen. Damit die Magagiele wollen. Sorry. Ich habe das Buch mit dem Titel Finger des Berges. Vergelde vorbeiglotzen. Glaub mal schon. Oh, Magic Guild. Demarinda. Man kann es in der Anwendung der Sicht der Verantwortungsvollen Anwendung der Magie kann es im ganzen Eiferschrieben hat. Ja, ich muss gleich wieder diesen Part beenden. Wir sehen uns noch nicht zu Tegos. Reden mit ihm. Was kann ich für euch tun? Ihr habt das Buch gefunden. Dann war mein Vertrauen in euch berechtigt, wie es scheint. Jetzt das Buch. Ach ja, das ist in der Tat das richtige Buch. Ich vermute, ihr habt es nicht öffnen können, oder? Dann ist alles in Ordnung. Ihr habt euch als würdiges Mitglied der Gilde erwiesen. Dafür will ich euch danken. Ihr sollt die erforderliche Empfehlung bekommen. Jetzt muss ich sicherstellen, dass das Buch sicher verwahrt ist. Verzeihung. Und Chris Bennett, Fingersbergers. Sie konnte das Buch nicht bekommen. Und das ist alles, was ich will. Es geht uns allen. Es ist. Wieder. Ich will nicht diesen Part. Bis gleich. Oder bis später. Oder... Mach keine Ahnung. Ach Gott, staubt, meine lieben Freunde. Ähm... Versprechen wir mal kurz. Letzten Part haben wir mit Tiergekuss gerätet. Er hat ihm das Buch Fingersbergs gegeben. Jetzt folgen wir ihm natürlich. Sie muss versteckt. Und er öffnet brav alle Türen zuführend. Er zeigt uns brav, wo er es hinbringt. Ohne dass wir... Irgendwie... Was machst du denn da, Mann? Ah, ah. Unsinn. Hat er. Hat er sich umwegen geläuft. Oh, oh. You cannot see me, bitch. Ungemärcher. Um es eigenes Wüsten zu verborgen, können hier links ein Gerät. Das ist ja warum schlicht. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.